Wo auch immer wir hin müssen, wo auch immer wir hin müssen. Der speichert aber voll auf, gleich passiert doch bestimmt wieder irgendwas. Ah, hier ist doch irgendwas, ich weiß wo nicht was, ich seh's nicht. Wo? Oh geil, Sprengstoff, cool. Das war's? Verstanden, worauf sollen wir uns einstellen? Wir haben keinerlei Infos über dieses Gebiet. Wir kümmern sich nur um die Küste, deshalb sind wir denen scheißegal. Aber wenn's brenzlig wird, steht Luftunterstützung bereit. Das klingt ja motivierend. Wo zum Henker sind die alle? Warum ist keiner hier? Scheiße, wir wurden gesichtlich. Das ist doch unbekannte. Scheiße, vor nichts. Komm, verdammt nochmal, geh nühe. Was, wo sind wir? Mach hin, da, genau da. Yo. Hilfe. Hilfe. Bravo 2 hier, Riverguard. Das Kommando Süd plant Bomben über Kirilenkos Position abzuwerfen. Ich hab versucht mit ihnen zu verhandeln, aber keine Chance, die haben andere Prioritäten. Ich konnte aber etwas Zeit rausschinden. Geht da rein und stoppt Kirilenko. Riverguards hier, Bravo 2 haben verstanden. Ihr habt den Mann gehört, bewegt euch. Gleich regnet's Bomben und das war ein Tag mit vielen Hinterhalten. Ein Bitte wäre wohl angebracht. Hör auf zu meckern, Sweets. Hehehe. Ach, ihr geht da jetzt also hoch, ohne mich. Alles klar. Gott verdammt. Ich bin nicht hergekommen, um mich jetzt abballern zu lassen. Gehen wir. Nicht? Ich dachte. Bewegung. Wir haben keine Zeit. Achtung. Runden. Ich denke noch nicht. Die sind ein bisschen früh dran, was? Bewegung. Bewegung. Ja, wahrscheinlich. Inferno. Wir sind dran. Alter. Scheiße. Macht die Kallen schnell. Nein, wir sind noch in die Reihe. Wir werden es schaffen. Los. Wir machen es schaffen. Oh. Schnauzer. Wir werden es schaffen. Oh, shit. Ich habe mich gesehen. Das hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen, oder? Hätte ich das machen sollen, oder eher nicht? Müsst ihr jetzt sagen. Wow. Junge, ich verbrenne gerade. Alter. Bleibe ich da einfach hängen, ey. Auch gut. Was? Passiert? Hier. Sicher. Aber mal hinterher. Wollte ich mal so behaupten, oder? Passt doch. Passt. Männers. Oh. Haut mal rin hier. Ihr faulen Säcke, ihr. Macht doch einmal, was ihnen voll ist. Oh, wo sind wir jetzt? Guck, guck. Ich wollte mal Hallo sagen. Oh, 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 oh. Da haben wir jemanden. Ah, ja. Sie haben Befehl, mich lebendig zu ergreifen. Genau. Danke. Erschießen, wenn er sich bewegt. Immer die gleiche Nummer. Wie bitte? Sie sagten, erschießen, wenn er sich bewegt. Aber das werden sie nicht. Sie sollten der Wahrheit ins Auge sehen. Die Wahrheit ist, wir sind die mit den Waffen. Sarge, das ist deine Ladeliste von der Sangre del Toro. Wer hat sie geschickt? Ähm, wir sollten lieber bald aufbrechen. Aguirre schickt sie, richtig? Er ist wirklich gerissen. Das war ein cleverer Schachzug, mich hier zu fassen. Sarge! Schachzug. Er hat gut gespielt, dass er so weit gekommen ist. Uh-oh. Und sie auch. Das muss man ihnen lassen. Ich denke, wir sollten ihn nicht vergessen. Oh gut, okay. Scheiße! Küste deine Mutter mit diesem Mund. Ich bin stolz auf dich, Press. Nee, halt hier mal eine Kippe für mich. Ich sitze auf dem Trockenen. Scheiße! Du durchgeknallt, ein kleiner Ippie. Ghost Rider, komm zur Rettung. Der Typ ist aber voll verrückt. Was ist mit dem eigentlich nicht richtig? Der macht immer irgendwie so eine Scheiße, ey. Immer wieder sieht man den alten Kerl, du. Aber immer wieder. Immer, immer wieder. Ich sagte, wir wissen nicht, ob er tot ist. Hoffen wir, dass es ist. Ansonsten. Ach, erzählen Sie uns was über das Schiff. Die Sangre del Toro war ein in Panama registrierter Frachter, der 49 vor der Küste von Peru verschwand. Wissen Sie, was er mit dem Schiff wollte? Was er geladen hatte? Oder wie es in die Wüste kam? Nein, weiß ich nicht. Aber wenn er es will, wollen wir es auch. Dann viel Glück. Hey, ich glaube, ich habe eine Lösung. Hier ist Ender, Amigos. Weiter komme ich nicht. Also, irgendwie. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich damit fahren soll. Scheiß drauf. Hier müssen wir also hin. Okay. Was zur Hölle ist das? Ich verstehe immer noch nicht, was Kirilenko mit dem alten Frachter will. Schätze, wir werden Frost. Frost Rider, hier Bravo 2-2. Kannst du diese Frequenz checken? 0, 1, 1, Alpha. Ja, okay, drei Treffer. Ich lade Sie auf Eure Karte hoch. Alles klar. Dann steigen wir wohl wieder ein, habe ich gehört. Machen wir erstmal den Nummer 1 hier. Und dann die anderen beiden. Weil der hier ist abgelegen. Das wäre praktisch. Alla, wo ist denn das? Verarschen. Ach so. Alter. Junge. Was geht jetzt ab? Hier ist halt einfach mal niemand. Wo seht ihr denn jemand? Den habe ich jetzt auch gesehen. Aber erst nachdem er tot war. Hä? Schön, dass du die ganze Arbeit erledigt. Irgendwas habe ich getroffen. Da war was. Ich habe irgendwas erwischt. Irgendjemanden. Scheiß auf Deckung, man. So. No risk, no fun. Alla, that's our motto. So. Haben wir wohl gleich geschafft. Na, wer kommt denn auf die Idee und macht das? Ihr soweit. Was ist das? Alles klar. Ich folge dir jetzt einfach mal. Weiß gar nicht, was du hier gerade machst. Aber ich... Der ist gleich da vorn. Wow. Nein, wir sind. Anfors. Da ist einer. Nein, wir sind der Druck. Komm, lass. Wir müssen weiter hochklettern. Lass. Schatz, schau. Schatz, schau. Schatz, schau, schau. Boah, da ist ja noch einer da oben. So. Tja, habe ich ja auch gemacht, mein Freund. Alles klar. Jo, was ist das denn hier für eine Basis da oben? Stimmt der nicht mit dir? Kannst du uns doch gerne mal in Ruhe lassen. Oh, da kommt er runter. Oh, da kommt er. Oh, da ist er. Hi. Tschüss. Wow. Oh, da ist das Ganze. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Schillt eure Basis, alter. Penner. Wow. Der hat eine Granate nach mir geworfen. Ratte, Alter. Scheint ruhig zu sein. Ja, kann ich auch wieder rausgehen, Mann? Das sieht doch besser aus. Hallo? Mann! Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey. Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey. Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey. Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey. Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey. Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey. Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey. Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey. Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey. Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey. Ey, das war ja jetzt noch mega fies, ey.